Hallo, hier ist der Martin von MoneyBankies, das ist die DAX-Anlösung für nun Mittwoch, den 18.01.2023 und unser DAX hat die 14.270-14.280 erreicht. Jetzt heißt es jetzt hier alles raus, was keine Miete zahlt und ab zur 4.000 oder so. Aber er hat, muss man schon sagen, er hat ja wirklich präzise angenommen, er hat schön angelaufen. Wir hatten ja auch gesagt, dass die durchaus Platz für Reaktionsspielraum oder für eine schöne Reaktion auch hat. Und wir hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch gestern sogar schon gesagt, wenn er dann von oben wieder auf die 14.150 aufsetzt, wird dann eben wichtig, wie geht es weiter. Und da sind wir jetzt leider auch erst. Wir können jetzt noch nicht sagen, dass das schon gebrochen ist, so dass wir sagen können, war ein Fehlausbruch oder sowas. Er hat halt wirklich bisher nur die 14.150 jetzt auch von oben angetippt, so wie wir das jetzt schon besprochen hatten und erst mal nur nach oben bestätigt. Das heißt, bleibt er zum Mittwoch über 15.150 oder macht bloß so einen kleinen kurzen Popelstart drunter und drückt sich direkt wieder nach oben, schiebt sich über die 14.200 zurück, über die 14.270 zurück. Dann muss man hier erstmal einen Haken dran machen und sagen, okay, hat nicht geklappt, nächste Station angucken. Und die nächste Station ist dann bei 15.350 und 15.420. Das bedeutet natürlich eben auch, wenn wir hier keine Schwäche sehen jetzt, ist weiterhin dann long das Mittel der Wahl, um auf die nächsten Ziele mitzukommen. Aber es ist und bleibt eine der schönsten Stellen überhaupt, die wir hier jetzt zu bieten haben. Das heißt, wenn er sich jetzt gut macht, auch die 15.170, 15.150 nach unten einfach mal schön zernüschelt, dann dürfte er jetzt weiter runtergleiten zur 15.085, dort nochmal einen Test machen und sich dann drunter arbeiten. Dann bekommen wir hier das erste Tief und besser wird es gar nicht passen, wie jetzt von hier. Wenn er jetzt am Mittwoch da einfach mal drunter sticht, kann er Donnerstag nochmal zur Seite machen, irgendwie irgendwie eine SKS bauen oder sowas und sich zum Freitag dann abseihen. Also es würde wirklich gut reinpassen, das muss man schon einfach so sagen. Aber er muss eben auch deutlich runterarbeiten. Ich würde aber schon zum Mittwoch vielleicht nicht sagen, dass es der erstbeste Tag jetzt wäre, um jetzt kurzartig Schott zu suchen. Kann durchaus sein, dass es jetzt ein paar Tage dauert, bis er das auch verwandelt bekommt. Wenn er eben jetzt auch die 15.150, 15.170 spricht, kann es trotzdem noch ein, zwei Tage dauern, bis er dann wieder anfängt, richtig ins Umkippen erstmal überzugehen. Ja, und erstmal hier sich erstmal noch immer wieder hochzuckt, ein neues Tiefsets dann doch wieder zurückzieht und so weiter. Also man muss da jetzt nicht der Erste sein, der da jetzt ins Korn springt. Kann den ruhig ein bisschen erstmal kommen lassen. Und man kann schon klar sagen, unterhalb von 15.150, unterhalb von 14.150 nimmt dann die Tendenz aber deutlicher zu, um auch wieder attraktiver für Short zu werden. Ist halt jetzt so, wenn man jetzt nicht gerade 14.270, äh 15.270 geschortet hat, ist es einfach in so einer Bewegung so, dass einem die Shorts halt immer nicht richtig anlaufen, weil der Trend noch zu stark ist. Der Trend hat einfach zu viel Trenddynamik. Und dann, dann hat man einen schönen Einstieg und buf, kommt er wieder auf den Einstand zurück, schnüffelt im Minus rum, ähm, dann kommt er wieder mal kurz vor und dann wieder nicht. Das ist was anderes, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, unter einer 14.150 einen Short ziehe, der läuft mir direkt 50 Punkte erstmal an, ohne dass er eine Sekunde im Minus gewesen ist, ne. Das ist einfach dann ein negatives Chart umfällt. Das ist ähnlich wie hier mit Long-Position, wenn der Markt sich auftritt und ich probiere, Long läuft sowas viel, viel, viel besser an, wie jetzt auch Short. Und deswegen, sage ich mal, muss hier nicht der allererste sein, aber die Vorlage ist schon eine schöne. Ja, also gerade, falls da einer, äh, 270, 250 rumgeschortet hat, haben mir ja auch einige geschrieben, dass sie dort was gezündet bekommen haben und dass es auch erstmal gut geklappt hat. Für die ist jetzt halt wirklich wichtig, der muss unter die 15.150 drunter, ne, deutlich drunter und dann kann er sich bis 85 vorarbeiten. Ich würde dann dort erstmal wieder mit Gegenwehr rechnen, ne, wieder schön in die Mitte zurück, nochmal einen Tag Rains der Seite und dann unten raus. Das wäre eigentlich fast perfekt, ja. Ähm, sollte er bloß 15.150, 15.170 nach oben verteidigen, auch mit leichtem Unterreißen möglich, äh, morgen, äh, es gut, gut gedreht bekommt und sich hier flach zur Seite schiebt und wieder auftritt, dann Long, ja, wieder hoch Richtung 280 und dann eben auch weiter Richtung 350 und 420. Das, da muss man dann alle einfach sagen, okay, naja, ist es so, ja. Nützt einem ja nichts, äh, wenn man sich hier mit dem Markt beginnt zu duellieren, verliert man nur, ja. Ja, mitgehen ist die Devisa. Und, ja, mehr kann ich nicht mitgeben, deswegen mache ich hier das Video zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.